Hallo, ich bin Marco von Marco's Erklärvideos. Diese Videoserie soll dir helfen, die Malfolgen auswendig zu lernen. Heute geht es um die Malfolge mit der 7. Schaue dir am besten dieses Video so lange mindestens einmal pro Tag an, bis du problemlos mitmachen kannst. Also fangen wir an. 1 x 7 ist 7 2 x 7 ist 14 3 x 7 ist 21 4 x 7 ist 28 5 x 7 ist 35 6 x 7 ist 42 7 x 7 ist 49 8 x 7 ist 56 9 x 7 ist 63 Und 10 x 7 ist natürlich 70 Das war doch ganz einfach, oder? Wiederhole das Video, bis du es kannst und schaue dir auch meine Übungsvideos zu den anderen Malfolgen an. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasse mir doch gerne einen Like da und abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. 16 19 20 20 20 22 22 27 23 24 23 30 23 Untertitelung des ZDF, 2020